Nachdem wir nun den Objektknoten kennengelernt haben, gelingt es uns nicht nur den Kontrollfluss zu modellieren, sondern auch den Objektfluss zwischen Aktivitäten und Aktionen. Ein weiterer Aspekt in diesem Abschnitt sind Partitionen. Partitionen legen fest, wer oder was für die Ausführung einer Aktion bzw. Aktivität verantwortlich ist. Der dritte Aspekt, den wir behandeln wollen, sind Signale und Ereignisse, falls diese eine signifikante Auswirkung auf den Ablauf innerhalb einer Aktivität haben. Beim Objektfluss wird ein Objekt oder werden mehrere Objekte von einer Quellaktion an eine Zielaktion übergeben. Dabei wird nicht wie beim Kontrollfluss die Quellaktion und die Zielaktion direkt miteinander verbunden, sondern es wird ein Objektknoten dazwischen geschalten. Und dieser Objektknoten bestimmt auch den Typ der zu transportierenden Objekte. Grundsätzlich gibt es beim Objektfluss auch Steuerungsmöglichkeiten. Ganz generell kann ja an jeder Kante immer eine Bedingung angegeben werden. Es wäre dann eine Überwachungsbedingung, unter der der Objektfluss überhaupt stattfindet. Aber es gibt auch eine Reihe von spezifischen Steuerungsmöglichkeiten für den Objektfluss. Hier hätten wir beispielsweise zuerst einmal die Reihenfolge. Das heißt, befinden sich in einem Objektknoten mehrere Objekte, so kann man festlegen, in welcher Reihenfolge diese an die Zielaktion weitergegeben werden. Dann hätten wir die Kapazitäts-Obergrenze und das Gewicht. Die Kapazitäts-Obergrenze bezieht sich auf den Objektknoten selbst. Sie legt fest, wie viele Objekte maximal in diesem Knoten aufgenommen werden können. Ist diese Anzahl erreicht, können eingehende Objektflusskanten keine weiteren Objekte mehr an den Objektknoten liefern. Das Gewicht bezieht sich auf die ausgehenden Kanten vom Objektknoten. Das heißt, erst wenn dieses Gewicht erreicht ist, wird eine entsprechende Anzahl an Objekten en bloc über diese ausgehende Kante weitergegeben. Dann gibt es das Selektionsverhalten. Das heißt, wenn sich in einem Objektknoten mehrere Objekte befinden, kann selektiert werden aufgrund dieses Verhaltens, welche Objekte an den Zielknoten weitergegeben werden. Bei der Übergabe können die Objekte auch verändert werden und das spezifiziert man mit dem sogenannten Transformationsverhalten. Wir haben auf der folgenden Folie bereits festgehalten, dass man die Reihenfolge, in der Objekte von einem Quellknoten zu einem Zielknoten weitergegeben werden, spezifizieren kann. Hier gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Die erste wäre FIFO, First In, First Out. Das heißt, das erste Objekt, das am Quellknoten angekommen ist, wird auch an den Zielknoten weitergegeben. Das heißt, man bildet eine Warteschlange ab. Genau das Inverse wäre ein Stapel. Das heißt, Last In, First Out oder kurz LIFO. Das letzte Objekt, das im Quellknoten angekommen ist, wird an den Zielknoten weitergegeben. Es kann auch eine geordnete Übergabe erfolgen. Das bedeutet, man kann eine Reihenfolge aufgrund eines Selektionsverhaltens spezifizieren. Dann gibt es auch noch die ungeordnete Übergabe. Man könnte auch sagen, eine unspezifizierte Übergabe, eine zufällige Übergabe, in der die Objekte vom Quellknoten in den Zielknoten transportiert werden. Die Syntax ist, dass ich einen Objektknoten habe und darunter gebe ich in geschwungenen Klammern an Ordering und danach den Order-Modus. Wir kommen zum Selektionsverhalten. Mit der Angabe eines Selektionsverhaltens kann ich bestimmte Objekte oder Token zur Weitergabe auswählen. Das Selektionsverhalten spezifiziere ich entweder am Objektknoten selbst oder an der Objektflusskante. Wir verwenden meistens die Objektflusskante. Das sieht man auch an den beiden folgenden Beispielen hier. Auf der linken Seite greift die Aktion Teilnehmer auswählen, Teilnehmerinnen auswählen, auf einen Data-Store zu. Und an der Objektflusskante vom Data-Store zur Aktion spezifiziere ich, welche Teilnehmerinnen denn ausgewählt werden sollen. Und es sollen jene sein, die über das entsprechende Know-how, das im Mittel verlangt wird, verfügen. Auf der rechten Seite sehen wir ein Beispiel, wo Studierende eingeladen werden, aber es sollen nur jene Studierenden eingeladen werden, die bisher eine positive Note in der entsprechenden Lehrveranstaltung haben. In beiden Fällen habe ich einen Kommentar, den ich an die Objektflusskante zuweise und ich spezifiziere Selection und gebe dann entweder in Form eines Pseudocodes oder natürlichsprachig die Selektionskriterien an. Die beiden letzten Aspekte, die wir beim Objektfluss näher betrachten wollen, sind die Kapazitäts-Obergrenze und das Gewicht. Die Kapazitäts-Obergrenze kann ich auch bei einem Objektknoten angeben. Das heißt, durch die Angabe einer Obergrenze upperbound setze ich einen Wert, der der Maximalanzahl der Token, die in dem Knoten gespeichert werden können, entspricht. Normalerweise ist diese Anzahl unbeschränkt. Das Gewicht bei einer Objektflusskante sagt aus, wie viele Token sich im Knoten befinden müssen, bevor überhaupt eine Weitergabe erfolgen kann. Sehen wir uns das an einem Beispiel an. Wir haben hier ein Beispiel mit einem Pufferknoten für maximal 20 To-Dos. Was passiert hier? Wir starten zu Beginn, beim Vereinigungsknoten geben wir schnell weiter und wir legen das erste To-Do an. Dann geht der Token hier weiter und da wird parallelisiert. Nämlich für das erste To-Do wird das erste To-Do im Buffer abgelegt und das duplizierte Token kommt hier in den Entscheidungsknoten, wo man sich fragt, möchte ich noch weitere To-Dos anlegen. Wir kennen dieses Muster bereits von einem vorhergehenden Beispiel und letztendlich wird für jedes To-Do ein eigener Token hier erzeugt und im Central Buffer werden die einzelnen To-Dos gespeichert. Eine Weitergabe erfolgt aber erst, wenn mindestens 15 To-Dos sich im Central Buffer befinden. Jetzt haben wir aber hier noch eine Bedingung. Die Weitergabe erfolgt nur, wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nicht krank ist. Sollte jetzt also der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin krank sein, kann ich noch weitere fünf To-Dos im Central Buffer hinzufügen, bis ich die Obergrenze von 20 hier erreicht habe. Habe ich 20 To-Dos im Central Buffer, gelingt es mir nicht, für das 21. To-Do einen weiteren Token hier abzulegen. Und ich muss warten, bis der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin wieder gesund zurückkehrt. Partitionen sind ein Konzept, um festzulegen, wer oder was für die Ausführung einer Aktion zuständig ist. Sehen wir uns das an. Eine Partition wird hier als Rahmen angegeben und ich muss die Knoten und Kanten gruppieren innerhalb so einer Partition und lege dann einen Classifier fest für die Partition. Das ist im Wesentlichen eine Klasse oder eine Akteurin, die dann für alle Aktionen innerhalb dieser Partition verantwortlich ist. Eine Partition kann aber auch wiederum mehrere andere Partitionen enthalten. Das heißt, das Konzept der Partitionen kann nicht schachteln. Wir sehen hier ein Beispiel für die Durchführung einer Prüfung und in diesem Beispiel haben wir drei Partitionen. Eine für eine Professorin, eine für eine Assistentin und eine für eine Studierende. Das heißt, wir haben Akteurinnen den Partitionen zugeordnet. Dann führe ich Folgendes aus, nämlich die Professorin erstellt die Prüfung. Die Assistentin in weiterer Folge druckt die Prüfungen für jeden Prüfling eine. Das ermittelt sie aus den Registrierungen im Theta-Store. Danach schreibt die Studierende die Prüfung. Als nächstes korrigiert die Professorin die Prüfung und die Assistentin veröffentlicht die Ergebnisse der Prüfung. Somit ist klar festgelegt, wer welche Aktionen im Rahmen der Prüfung setzt. Von den in UML vordefinierten 44 Aktionen mit teilweise eigener Syntax wollen wir drei aus dem Bereich der Ereignis-basierten Aktionen kennenlernen, nämlich das Senden von Signalen, das Empfangen von Ereignissen und asynchrone Zeitereignisse. Senden von Signalen verwende ich, wenn ich etwas versende an jemanden oder etwas anderes oder etwas Aufrufe. Hier verwende ich dieses Symbol, sehen uns das hier am Beispiel an, zum Ausstellen von Zeugnissen. Als erstes wird die Lehrveranstaltung ausgewählt, dann wird die Studierende ausgewählt, man trägt die Note ein und versendet die Note. Das wäre ein typisches Versenden von einem Signal an die Studierende, daher dieses Symbol. Das Empfangen von Ereignissen ist praktisch komplementär zum Senden von Signalen. Die eine Seite versendet, die andere Seite empfängt und dafür haben wir dieses Symbol für asynchrone Ereignisse. Wir sehen uns das an. Im ersten Fall löst dieses Ereignis auch weitere Aktionen aus. Das heißt, ich kann statt einem Initialknoten auch ein asynchrones Ereignis verwenden, nämlich sobald der Alarm ertönt, dann wird die Aktion gesetzt, dass wir das Gebäude evakuieren müssen. Ich kann ein asynchrones Ereignis aber auch inmitten einer Kette von Aktionen verwenden. Das heißt, hier schreibe ich zuerst die Prüfung. Nachdem ich die Prüfung geschrieben habe, warte ich, bis das Ereignis eintritt, dass ich die Note erfahre und dann kann ich Einsicht in die Prüfung nehmen. Ein asynchrones Zeitereignis wird durch dieses Symbol dargestellt. Es kann wieder als Trigger fungieren. Beispielsweise, wenn das Ende des Semesters erreicht ist, werden alle Zeugnisse ausgestellt. Ich könnte ein asynchrones Zeitereignis aber auch inmitten einer Aktionskette spezifizieren. Ich setze eine Aktion und danach muss ich drei Wochen warten. Das kann ich auch mit dem asynchronen Zeitereignis modellieren. Hier sehen wir ein Beispiel für ein asynchrones Ereignis und an diesem Beispiel sehen wir auch, dass wir ein asynchrones Ereignis statt einem Initialknoten nutzen können, um einen Prozess zu starten. Im Beispiel ist der Start des Prozesses festgelegt durch das Ereignis, dass man Feedback zu seiner Diplomarbeit durch den Betreuer oder die Betreuerin erhält. Nachdem man dieses Feedback erhalten hat, wird man entscheiden, ob man die Diplomarbeit überarbeiten muss oder nicht. Und sobald diese Überarbeitung abgeschlossen ist oder wenn sie gar nicht notwendig war, kann ich die Diplomarbeit offiziell einreichen. Hier sehen wir noch ein Beispiel für ein asynchrones Zeitereignis. Es stellt ein durchaus gängiges Muster dar, nämlich ein Muster für den Fall, dass ich sagen würde, ich habe zuerst eine Aktion A und dann eine Aktion B. Und Aktion A dauert unter Umständen sehr, sehr lange, aber ich will nicht ewig warten, sondern nach einem gewissen Zeitpunkt soll auf jeden Fall der Übergang zu B erfolgen. Und dann spezifiziere ich die Aktion A innerhalb einer übergeordneten Aktivität und in diese Aktivität nehme ich nicht nur A auf, sondern auch ein asynchrones Zeitereignis. Das wäre hier zum Beispiel Ende des Monats. Und dann gilt, diese erste Aktivität ist abgeschlossen entweder, wenn die Aktion A durchgeführt wurde oder wenn das asynchrone Zeitereignis Ende des Monats eingetreten ist und eines der beiden tritt ein. Und dann gehe ich auf jeden Fall zu B weiter. Somit kennen wir nicht nur den Kontrollfluss, sondern auch den Objektfluss, Partitionen, Ereignis gesteuerte Aktionen. Somit sind wir in der Lage schon komplexere Aktivitäten zu modellieren. Und dafür wollen wir uns in der Folge ein Beispiel ansehen.